was halten sie von piraten nicht viel wahrscheinlich und zu recht denn sie bringen nichts gutes weg damit und was ist das piratenpartei stimmt das war doch mal die politische hoffnung der nation piraten das waren die lieblinge der aber was wollen sie datenschutz das ist alles und einkommen gleichstellung erneuerbare energie bürgerbeteiligung transparenz bildung wir haben es ja gewusst bedeutungslos hallo betrachten wir mal die nicht kaoten die sich meistens mit drei buchstaben vorstellen oh ja wir kennen sie zur genüge die piraten sehen vielleicht nicht so schick aus und sie haben einen seltsamen namen manchmal geht vielleicht zu wie in einem gallischen dorf aber sie haben neue ideen bedingungsloses grundeinkommen gleichstellung bürgerbeteiligung transparenz bildung fahrscheinloser nahverkehr die raten die raten blablabbach zwe water